So, dann jetzt noch die versiegelten Sektoren. Schwierigkeitsgrad 3. Schwer sind die halt nicht, ne? Ich finde die mega cool. Immer umgucken. Das bisschen kämpfen da, gehen wir hin. Das ist schon mal einer. Oder ein Graffiti. Da hinten geht die Tür auf. Ist auch ganz einfach direkt neben ihm stehen und sagen jo. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Ich wollte es vermeiden. Aber... Die wollten halt aufs Gesicht. Ich will ja nicht grundsätzlich kämpfen, ne? Aber wenn sie unbedingt wollen, dann ist das so. Dann klatscht es halt weg. Wie findet ihr das Event? Mögt ihr solche Events? Ist das... Ist das so euer Style, den ihr denn haben wollt in Honkai Starry? Hier. Schau dir keine Macht. Ha! Die Menschheit hat sich nie überrascht, ihren Willen zu kontrollieren. Und ich bin keine Exception. Okay, da ist irgendwas. So, wir gehen mal hier hoch. Nicht, ob ihr irgendwas vergessen. Naja, alles gut. Ich brauche immer noch zwei Graffitis. Okay, ich wurde ja gerade weggebeamt. Erstmal hier noch alles erkunden. Können wir uns jetzt hier weiter beamen. Ja, alles gut, ne? Ja, aus dem Weg. Weg da. Ja, ist die Frage, ob ihr Silberwolf bekommen, ne? Was ist in deiner Perspektive? Aber das wird sich jetzt in dem Patch 1.1 zeigen, ob wir es auch wirklich bekommen. Was? Wo? der wohn schottet mich hier ist ein problem werden da müssen wir wohl mit dem mc rein ich krieg gar kein damage auf ihn drauf der wohn schottet einfach leute krass 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 ich komme halt auch nicht raus brauchen wir uns die kraft der stufen graffitis ich verstehe irgendwo ist noch ein graffiti ist das hätte ich früher sehen sollen so kriege ich nicht alle drei sterne aber es ist okay so macht er auch nicht so viel damage jetzt kann er mich auch nicht mehr einschotten das ist schon mal viel wert die kraft schnitzel wirst du schnitzel 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 humanity never conceals its desire to control the heavens and i'm no exception dann geht es auch so wir brauchen noch zwei graffitis hier ist eins aber eins brauchen wir noch da hinten ist wieder so eins da ist der dritte das sollten alle gewesen sein so um diesen da wieder zu schwächeln brauchen wir das andere da und dann kann man es beenden konflikt ist battles are chess games no two are like gegner ein bisschen leichter machen und dann rüber gehen und verhauen wie gesagt keine drei sterne weil wir das einmal verkackt haben aber das passt also ist okay um euch die graffitisachen zu zeigen hat das gereicht ja disappear among the sea of butterflies illusions of the past hier ist thunder ich bin ziemlich nervös wenn wir da dieses ding aktivieren mit das graffitis hier ist thunder erledigt sind soweit durch ja das ist klar dass man verkackt aber das wollen wir uns im nachgang so leute das war's vom heutigen stream sehr cool sehr sehr cool auf jeden fall und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen früh im nächsten stream und oder auf youtube in der nächsten folge danke fürs zuschauen fürs mitmachen und bis zum nächsten mal der wunderschönen mittwoch und ciao 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 ciao